schon länger keine favoriten mehr gemacht klar ich hatte jetzt auch im monat pause aber ich würde euch gerne in dem video meine favoriten der letzten zeit zeigen also die sachen die ich wirklich gefeiert habe hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco und heute gibt es mal wieder ein bisschen favoriten das letzte video waren jahres favoriten und so ein bisschen was hat sich schon getan und ich würde einfach wieder mit den sachen anfangen die ich euch nicht in die kamera zeigen kann und das wird zu allererst mal eine serie die ich in jeder staffel jetzt gefeiert habe weil ich so endzeitstimmungen einfach unwahrscheinlich gerne mag so katastrophen für mich muss ganz ehrlich sagen habe ich einen hang dazu das ist aber eine serie und zwar heißt die serie snowpiercer gibt es jetzt schon die dritte staffel auf netflix nur ganz grob angeschnitten das ist ein zug der durch die eingefrorene welt fährt weil die menschheit irgendwie experimente gemacht hat mit atmosphäre und dann alles runter gekühlt ist dass kein mensch mehr leben kann und die fahren mit einem zug durch die gegend und bin einem bestimmten zeitraum war bis zu sieben jahre haben sich aufstände in diesem zug entwickelt ich möchte nicht zu viel verraten ich möchte ja auch nichts aus den anderen staffeln verraten weil es kann ja sein dass du vielleicht das noch gar nicht angeguckt hast ich kann es wirklich empfehlen es ist aber manchen sternen bisschen brutal denn die zug fahrgäste werden mit der kälte die außen ist müssen traktiert da werden irgendwelche sachen also schläuche angeschlossen an irgendwelche ventile und dann werden werden knietmaßen vereist und so also schon ein bisschen brutaler manchen erstellen aber dennoch irgendwie super krass spannend und gut gemacht der film dazu der 2013 rausgekommen das kann ich empfehlen es echt langweilig also ist echt nicht gut dass sie daraus so eine gute serie gemacht haben wirklich empfehlenswert also ich liebe es guckt da mal rein wenn ihr bock habt ein kanal der mir bei meiner abnahme wirklich geholfen hat weil ich mache halt schon jetzt seit oktober war ich noch nicht so regelmäßig dabei aber seit november kann man schon sagen letztes jahr mache ich hier regelmäßig sport und jetzt seit ich den großen fernseher haben wir eigentlich fast täglich irgendwelche workouts mache und der kanal der mir wirklich da so ein bisschen geholfen hat um mich da so rein zu bringen ist der kanal von der joe also der kanal grow with joe und sie ist ja relativ groß und sehr bekannt und diese workouts mache ich gerne weil sie hat so ein bisschen so eine kleine entertainer ist ich brauche das psychisch man muss sie mich so ein bisschen loben und mich ablenken und wissen so faxen machen muss man mir so ein bisschen anheizen und das macht die halt anders und das hat mir schwer geholfen dann die routine rein zu kriegen also ich kann euch grow with joe wirklich empfehlen den kanal lege ich euch selbstverständlich auch unter sie eine kombination wie ich in der letzten zeit ich gerne getragen habe waren die graue hose und das gestreifte shirt also dass ein sarah shirt die hose ist glaube ich von es wie oder so aber ihr wisst ja solche sachen kaufe ich grundsätzlich second hand dazu gibt es auch noch einen neuen engen gürtel weil mein alter einfach aufgegeben hat der war jetzt aber auch ich hatte war locker 15 jahre alt oder so ich greife bei so langlebigen sachen gerne zu leder muss ich sagen aber jeder kauf ich halt nur gebraucht der neue gürtel ist kein leder ist kein lederzeichen drin ist wieder kunstleder bin gespannt wie schnell der mir abreißt weil ich in der vergangenheit doch nicht so gute erfahrungen mit kunstleder gemacht habe eigentlich gar nicht aber ist okay ich gucke da wirklich auch mal nach was gescheitem irgendwie auch im veganen bereich habe da glaube ich auch nie mal einen aus korg ausgesucht also würde es auf jeden fall auch mal ausprobieren jetzt erst mal mit meinem esprit gürtel kunstleder mal gucken wie lange ich damit rauskomme keine ahnung aber die kombination die habe ich einfach unwahrscheinlich geliebt und ich fühle mich da echt wohl dran lieblingsschuhe so ein bisschen kick da auch der effekt dass es halt die neuen sind und die trägt man halt gerne meine fettigung alles glaube ich immer noch nicht ich habe mir pumas beim box fashion bestellt und da sieht man natürlich nicht ob pumas von fenty sind oder nicht aber als ich die dann ausgepackt habe ich schon gesehen so auf die kraft klappt so diese art von schon nennt man auch creeper meine letzten das übrigens jeder schon also da achte ich dann schon darauf dass ich da halt wirklich was stabiles habe aber leder wird bei mir nur gebraucht gekauft ansonsten greife ich zu veganen zurück und nachhaltigen vor allem die letzten die ich hatte die ich glaube schon so zwei jahre gehabt aber diesen habe ich doch kaputt ich habe mich so schlecht von den trinken aber die war so kaputt die waren hinten am fersen kaputt da waren die sohle kaputt da haben sich schon unten so löchern die bilder hat und das so abgelacht der schützt auch schnell egal aber die werden jetzt auch wieder getragen bis nicht mehr geht und dann sehen wir weiter die nächste schuhe wäre dann der hier das sind meine erike boots die mochte ich am anfang lustigerweise gar nicht so weil sie eher ein bisschen schmaler geschnitten sind und das mag ich nicht so weil ich mag den formeln bisschen runder aber sehr schnell den komfort von dem schuh entdeckt und das ist auch kunstleder ist auch nirgendwo ein lederzeichen wenn ihr lederschuhe kauft und sektent und habt ihr meistens irgendwo und wieder ein lederzeichen oder es ist irgendwo eingeprägt und da wo es eingeprägt ist das steht einfach nichts aber riecht auch nicht nach jeder der schuh ja bin gespannt wie lange die halten werden weil so schule habe ich immer nur immer kaputt gemacht hat schon so lange ist echt schlimm so habe ich euch ja schon vorgestellt zu jedem sport gehört natürlich so ein bisschen protein muss man nicht aber wenn man abnehmen möchte ist das gar nicht so schlecht und ich tue mir schwer regelmäßig halt wirklich protein quelle in meine ernährung einzubauen weil das auch mein magen nicht mag also wenn ich zu viel so hülsenfrüchte es krieg hat magenschmerzen also wenn es zu regelmäßig ist deswegen hilft mir sowas echt ganz gut und das ist die geschmacksrichtung erdbeeren cheese cake das ist ein bisschen weiter und sie sagen ich werde dazu auf meinem zwei kanal gesondertes video machen ich kann mir vorstellen dass es einen sehr schnell auf die nerven geht die reisbohnen proteine von mutriklos heißen die sind ein bisschen sandig also das mit so ja schon ein bisschen cremiger aber ich bin halt so jemand ich vertrag so ja nicht so wirklich gut und das protein ging zwar jetzt immer das war okay aber ich wollte trotzdem mal das ausprobieren und wenn das verträglicher ist versteht ihr Schmeckt gut Käsekuchen Es riecht ein bisschen danach finde ich aber so vom geschmack her kommt das einfach nicht raus ich finde die total günstig die kosten 25 euro bisschen mehr bei amazon 25 kosten sind bei notriplus direkt und wie schon gesagt ich werde jetzt ab und zu mal so protein pulver vorstellen wie ich mich da so damit getan habe weil mir persönlich fällt es schwer auch ein protein pulver fällt mir mit der zeit schwer das nachher auch nicht regelmäßig na also die halten bei mir hat deswegen auch ein bisschen länger ich bin wieder bei Yankee candles gelandet es kam eine zeit wo ich mit diese cards gekauft habe Das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht Nicht so bock drauf aber die kerzen Ich habe gestern bei rostmann auch schon einen großen hausformer in der hand und habe mir dann gedacht so Das ist gescheuert Die kleinen die reichen mir nämlich na also ich will ja nicht alles bedurften sondern hat nur die räumlichkeiten hier erreicht so ein kleines glas Haben jetzt keinen neuen mehr gekauft weil er ist noch ein bisschen drin habe ich ein bisschen sparsam jetzt damit Weil das riecht schon ganz geil Man muss halt man will die lieben Steht jetzt nicht für ausschließlich vanille aber jenki candles ist hat Mega gut und wird von mir regelmäßig nachgekauft Und es könnte schon passieren dass er also eine große Ich bin da echt so ein bisschen gefährdet im moment aber dieses mal habe ich mir das noch verkniffen Bei dem perfum muss ich ehrlich sein da Das war ist jetzt kein richtiger favorit aber ich habe den halt durchgehend jetzt die letzte zeit übergenommen Irgendwie muss das ausdampfen Ganz komisch also der decke zu spuren Ganz komisch Man sieht ich habe da relativ viel verwendet und das ist die 97 die ich schon vorgestellt habe war es jetzt koko boss Oder na es war glaubt pokobos na ich habe die boss tüfte habe ich früher hatte ich gerne gemacht sind hat so alltagstifte Und dann die waren auch schon nicht so hundertprozentig stark na das ist ja auch nicht ewig gerochen aber Damit habe ich experimente gemacht jeden tag getragen auch einmal wirklich richtig viele tragen ob irgendjemand reagiert dann sagt er Du hast dich überparfümiert oder so leider nicht ich werde aber trotzdem noch mal bei der marke bestellen weil nicht jede duftkombination ist gleich das habe ich bei La rief gemerkt bei la rief ist es auch zum teil so Und man schauen vielleicht ist es da echt auch so Aber jetzt kommen erst mal andere dürfte die ich vorstelle Nicht von die weinen aber da bestelle ich schon auch noch Da habe ich ja echt ganz schön viel verbraucht Ja das habe ich ja am meisten verwendet Und wie gesagt so ein richtiger favorit ist es nicht aber Ich habe es halt regelmäßig verwendet und das steht mehr so als Parfüm platzhalter was ich halt eben regelmäßig genutzt habe schon mal gezeigt aber sie ist halt einfach nie gut Weil man mit ihr halt einfach auch die hände eingrehen kann das ist eine sehr sehr zähe körpergräten Isana med 10 prozent urea beste kann ich nur empfehlen Aber ein bisschen Trockene hände die ich halt mega gut auch dafür und da kaufe ich mir doch keine extra handcreme Absolut nicht also sie funktioniert richtig gut Und ist auch schon die zweite packung und das wird 100 prozent auch noch eine dritte und eine viertel weil Die liebe ich einfach dies unparfümiert sind keine stoffe drin die hier irgendwie reizen können Außer wenn man auf panthenol allergisch ist Jetzt tatsächlich jemanden in meinem bekannten kreis deren freundin dessen freundin Panthenol allergisch Das ist natürlich immer blöd weil in solchen sachen ist meistens immer panthenol drin Aber ansonsten beste creme Forever in ever und weh die ändern die formulierung von dem zeug es gibt dieses mal sogar auch Ein bisschen skincare das ist die einzige sache ich bin gerade viel am rumprobieren Und das mag ich schon echt gerne muss mich da jetzt echt ein bisschen brennen ich habe das noch nicht vorgestellt Das ist nicht direkt mehr macht gut da hätte ich mir ein zweites gekauft was wollen Aber catrice hat zum teil schon recht gutes kid care das muss man mögen das recht stark das ist echt klebrig Deswegen aber mich stört es nicht und es ist ein bisschen dicker Also ich mag das echt gerne ich mag das mehr als Dünnflüssigere muss ich ehrlich sagen wenn man hat dann echt auch so eine frische in der haut drum Klar ist es jetzt auch kein wunder mittel für den preis ist es einfach zu günstig aber Catrice hat mit der skin care richtig gute sachen raus gehauen Ich habe bis jetzt noch nicht so viel probiert aber das ist gut und Da werde ich noch einiges anderes aus testen und vorstellen natürlich ich trage in letzter zeit wieder mehr so meine anhänger den habe ich jetzt von meinem vater zu Weihnachten gekriegt das ist so an bernstein aber ich habe noch mehrere die wo ich getragen habe ich habe noch mal Ein halb jetzt aber schon ewig nicht mehr getragen muss ich erst mal reinigen weil er angelaufen ist ist der im übrigen hier auch das ist türkis Oder hier habe ich Was soll das eigentlich sein das schon nicht mehr Was sagen soll man hat mir das damals gesagt das hatte ich mir mal gekauft Die meisten sind bei mir vom kulturufer ich mir jedes jahr immer mal wieder so einen stein gegönnt die haben natürlich schon auch immer richtig viel geld gekostet Ja schon so 20 30 40 euro mehr mehr ist das auch nicht das ist ja nichts aufwendiges aber Sowas kauft man sich halt nicht so im großpartner also sagt kein Modeschmuck und Kette habe ich von meiner normalen bekommen dass eine alte die habe ich gefunden hier ich muss mir mal noch Eine zweite holen da kann man die nämlich auch aufeinander tragen Ich habe nur eine und grad in verbindung mit zu kleineren Anhängern kann ich mir das gut vorstellen so hier so was zu machen also ich habe bald geburtstag und da kann ich mir dann so eine silberkette wünschen das ist ja was zeitloses weil mit der ist es nicht so die ist die ist noch ein bisschen länger aber Da kann schon nicht alles dranhängen weil die kette so klobig ist da habe ich meistens immer den stein dran Ich versuche ein bisschen mehr die sachen die ich hier habe auch wirklich zu tragen ansonsten werden wird man Schmuck gnadenlos aussortiert was ich nicht trage muss gehen da schlägt wieder der minimalist durch ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020